DOSI Mirror ist ein Full-Service-Paket mit vielen verschiedenen Modulen. Es bietet nicht nur ein Stressmonitoring für den Einzelnen, sondern auch ein komplettes Beratungssystem für den Bereich Personal- und Organisationsentwicklung. Das digitale Tool und Kernelement von DOSI Mirror, das jeder Beschäftigte auf seinem Smartphone oder Computer für das eigene Stressmonitoring nutzen kann, ist leicht zu bedienen, ohne großen Zeitaufwand. Es bietet dem Einzelnen automatisierte Auswertungen über die individuellen Stressbelastungen und Ressourcen im Alltag. Wenn der Beschäftigte seine Probleme mit einem Coach besprechen möchte, kann er sich auch an die Schnelle Hilfe wenden. Das ist eine Hotline mit professionellen Coaches, die dem Mitarbeiter anhand der Ergebnisse der digitalen Selbstbeobachtung helfen kann, die Probleme genauer zu definieren und Wege aufzuzeigen, Stress zu vermeiden oder besser damit umzugehen. In manchen Unternehmen gibt es bereits spezielle Betreuer, die für das betriebliche Gesundheitsmanagement verantwortlich sind. Die Dozenten von DOSI Mirror bieten diesen Betreuern eine Weiterbildung an, die mit einem Zertifikat abgeschlossen wird. Sie werden damit zur direkten Anlaufstelle der Beschäftigten im Unternehmen. Falls die betriebseigenen Coaches zusätzliche Unterstützung bei der Beratung eines Beschäftigten benötigen, haben sie die Möglichkeit, sich eine weitere Meinung von der schnellen Hilfe zu holen oder den Mitarbeiter an die schnelle Hilfe zu verweisen. DOSI Mirror bietet auch größere Lösungen für Unternehmen an. Unsere Organisationsberater geben den Unternehmen hier durch die professionelle Analyse aller zusammengefassten und streng anonymisierten Daten von DOSI Mirror ein aussagefähiges Feedback über die Situation der Belegschaft an die Hand. Sie zeigen den Personalentscheidern Problemschwerpunkte auf und können kritische Entwicklungen in den Abteilungen und Standorten offenlegen. Zum Beispiel durch spezielle Belastungen, durch Probleme im Arbeitsschutz, durch großen Zeitdruck oder durch schlechte Organisation. Die Organisationsberater von DOSI Mirror arbeiten vernetzt mit der schnellen Hilfe und den betriebsinternen Coaches. Immer unter strengster Einhaltung des Datenschutzes. Durch das Zusammengreifen von Datenanalyse, Coaching und Beratung werden die Unternehmen und die Beschäftigten dabei unterstützt, gesunde Arbeit zu gestalten und ein gesundes Leben zu führen. DOSI Mirror – für die sichere und gesunde Arbeit von morgen.